Nach wie vor hat bei The Voice of Germany noch keine Frau gewonnen. Deshalb wird es wirklich Zeit, dass eine starke Frau gewinnt. Ich gehe zu Yvonne. Ja! Nein! Yvonne. 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 Das kann doch nicht sein! Ich werde das beste Team bekommen, damit ich am Ende gewinne. The Voice of Germany. Ab Donnerstag, 19. Oktober, 20.15 Uhr pro 7. Und ab Sonntag, 22. Oktober, 20.15 Uhr in Sat.1. Und ab Sonntag, 20.15 Uhr in Sat.1 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 Uhr.